Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dungeon of the Entlets. Ich bin euer Fillyboy und wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich, ciao! So, willkommen zurück, meine lieben Boys da draußen. Ich bin's auch wieder, euer Fillyboy. Ja, und ich hab die Facecam ein bisschen geändert. Ich werde sie wahrscheinlich nicht mehr rund machen wie in der letzten Folge, denn das hat sehr lange beim Rendern gedauert. Ich hab da so einen Effekt benutzt, der hieß Chroma Key und da muss ich so einen Kreis und bla bla bla. Alles möglich komplizierte Zeug muss ich da machen, aber ich werde sie wahrscheinlich doch wieder eckig machen. Ich werde mal schauen, ob ich das hier vernünftig an dieser Stelle unterbringen kann, die Facecam. Wenn's euch gefällt, dann schreibt's mal in den Kommentaren oder wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie ich die Facecam machen soll, ob ich sie an anderer Stelle machen soll, schreibt bitte alles rein, aber wir konzentrieren uns wieder auf das epische Spiel Dungeon of the Entlets. Ja, und ich hab's endlich verstanden, in der letzten Folge, erst gegen Ende, hab ich das Spiel so ein bisschen gecheckt. Und wir sind ja mächtig abgelost in der letzten Folge und deswegen werden wir uns mal diesmal ein bisschen mehr anstrengen und wir gehen gleich mal hier mit unserem Herbert in den nächsten Raum rein. Und da ist ja eine Kiste. Alter, was ist in der Kiste, Leute? Erbsenpistole im Inventar abgelegt? Boah, krass! Okay, eine Erbsenpistole. Wie können wir uns die angucken? Können wir die irgendwem geben? Ich hab's immer noch gecheckt, wie man Leuten etwas geben kann. Oh, okay. Das war nicht so schwer, aber okay. Einfach Doppelklick drauf machen. So, okay. Dann hat diese gute Lady hier, wie hieß sie? Hey, Schwester Diener Ratchet. Die hat jetzt eine Pistole, eine Erbsenpistole. Ich hoffe, das bringt ihr etwas mehr Power. Und wir werden diesen Raum mal mit Energie füllen, was nicht geht. Wir haben uns zu reichen, aber wir haben doch genug. Okay. Brauchen wir da etwa viel mehr? Warum geht das nicht? Da ist auch noch eine Tür. Ist das eine Tür? Nein, das ist keine Tür. Okay, dann gehen wir mal beruhigt hier in den nächsten Raum rein. Ich würde sagen, wir bauen auch mal was. Wir haben ein bisschen Points. Vielleicht so ein Angriffsturm hier. Das ist auch so ein guter... Ähm, wie heißt das? So ein guter Kreuzungspunkt, denn das ist der einzige Ort, von dem Aliens kommen könnten. Denn hier gibt es drei Türen, die noch irgendwo hinführen. Der Rest ist ja... Gehört ja schon zu uns. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das jetzt bedeutet, wenn es blau ist und was grün ist, aber... Diese Räume können wir... Oh, hier habe ich deaktiviert. Ich will ihn wieder aktivieren. Mist. So, okay. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum rein. Hier nach rechts erstmal. Alle guten Dinge sind rechts. So. Auch dort rein. Ich glaube, da kriegen wir wieder ein bisschen Industrie oder ein bisschen Produktion. Oh, Aliens! Leute! Macht sie fertig! Hier fühlen wir mal Energie rein. Warum denn unzureichend? Wir haben doch hier eine Menge von diesem ganzen Kram. Da haben wir es gesehen. Dieser Turm hat sich auf jeden Fall sehr rentiert und gelohnt. Der hat eine Special Attack, ne? Armokläufer. Selbst Angriffskraft plus 15. Selbst Geschwindigkeit plus 15. Dauer 7 Sekunden wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten. Und Abklingzeit, zwei Türen. In Vornehmkreisen spricht man auch von Furor. So. Okay, alles klar. Dann bauen wir hier auch nochmal was hin. Oder wir können so was Fettes bauen. Gute Frage, ob wir es wollen. Ich baue hier nochmal so einen Turm hin. Und vielleicht können wir auch noch was... Hiervon können wir nichts bauen. Wir haben nur diese gefangenen Treiber. Dann bauen wir hier drei Geschütze hin. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. So, kann ich da jetzt Energie reinleiten? Warum denn nicht? Unzureichend Dust. Wir haben 49 Dust. Ich verstehe es nicht. Haben wir diesen Raum schon gefüllt? Ach, wir können nicht mehr Räume fertig machen, oder was? Wir können nur vier Räume? Wir können nur vier Räume mit Energie füllen. Oh. Das ist natürlich hammerhart. Das Spiel wird sich schon ein bisschen schwerer anscheinend. Dann gehen wir mal weiter hier rein. Das heißt, diese Räume sind nicht sicher, Leute. Wir werden mal ein Industriemodul hier hinbauen. Damit wir pro Runde ein bisschen mehr Industrie bekommen. Dann können wir diesen Raum auch nochmal schön mit Geschützen ausstatten. Denn falls... Ich werde wahrscheinlich diese beiden Räume deaktivieren. Dann werden aber von diesen Räumen halt auch Monster rauskommen können. Und deswegen müssen wir diesen Raum dann richtig schön verteidigen und absichern. Vielleicht bleibst du einfach mal ein bisschen hinten. Ich werde erstmal nur mit einem weiter vorgehen. Oh nein. Oh. Wir haben den Ausgang schon gefunden. Das ist doch mal prima. Dann werde ich echt ernsthaft die Energie glaube ich hier rausleiten. Aber vorher mache ich hier nochmal wenigstens ein paar Geschütze rein. So ein paar kleine. So. Da nochmal ein Geschütze rein. Ach ne. Da mal ein Modul. Dann leite ich hier die Energie raus. Hm. Mhm. 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 Okay. Dann kann ich hier Energie reinleiten. Dort werde ich leider keine Energie reinleiten. Also den müsste ich deaktivieren. Ist dann trotzdem noch unser unser Stein hier aktiv? Ich weiß es nicht genau. So. Wir können aber hier was. Reißgas. Fügt allen Monstern im selben Raum vier Schaden pro Sekunde zu. Dividiert. Blablabla. Nehmen wir auf jeden Fall. Da bauen wir auch noch was hin hier. An die Stelle. Bau nicht möglich. Unzureichend Produktion. Sieben brauchen wir. Okay. Das heißt wir müssten noch eine Tür öffnen. Vielleicht machen wir das mal. Hier die Tür. Weil jede Tür bringt dann sozusagen jede Tür ist eine neue Runde. Eine neue Runde. Eine neue Wandelsfahrt. So. Da haben wir eine Kiste. Was haben wir in der Kiste Schönes? Mhm. Krück. Krückchen im Inventar abgelegt. Okay. Interessant. Willst du ein Krückchen haben? Kann ich das jetzt geben? Okay. Du kannst es anscheinend nicht nehmen. Nimm es. Er braucht ein Maschinengewehr. Der Rüstung gerät. Okay. Ach. Das ist so ein Pieks Ding. Was kannst du nehmen? Du kannst sowas auch nicht nehmen. Okay. Dann bringt dieses Krückchen erstmal uns gar nichts. Egal. Wir haben ein bisschen mehr davon bekommen. Ein bisschen mehr Produktion oder Energy. Dann können wir hier so ein Reißgas bauen. Alles klar. Und dann haben wir immer noch 10 Punkte. Dann mache ich hier auch nochmal den Raum. Mache ich auf jeden Fall richtig schön mit Verteidigungsanlagen bestücken. So. Alles klar. Jetzt ist der Raum schön voll ausgerüstet. Dann können wir uns eigentlich den abholen. Ich glaube dann holen wir mal mit unserem Maschinengewehr Fuzzi. Das Ding ab. Und dann werden gleich die richtigen Aliens ankommen. Oder Monster. Und werden uns ans Leder wollen. Aber kein Problem für uns. So. Okay. Jetzt aber schnell. Oh jetzt kommt von überall Aliens an. Okay. 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 Noch sieht es gut aus. Wir bleiben erstmal kurz hier drin. Kommen wir jetzt eigentlich unendlich Monster? Das ist die Frage. Auf jeden Fall werden sie richtig schön vernichtet. Können wir noch irgendwo was bauen? Wir können noch irgendwo was bauen. Kann ich hier einen reinbauen? Ja. Da baue ich auch noch einen rein. Okay. Alles klar. Würde ich sagen. Können wir hier in den nächsten Raum reingehen. Mit unserem Held. Tja aus der Tür. Oh die kommen alle von dort hinten. Crazy. Crazy krass. Was ist das? Alter. Die machen unser Ding. Die zerstören unser Ding. Okay. 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 Überlegung. Alter. Es kommt zu viele Aliens man. Es kommt zu viele Aliens. Du hast gerade ein neues Bild in deinem Album freigeschaltet. Okay. Das ist ein Bild. Bringt mir aber gar nichts. Ich will eigentlich nur gewinnen. Unsere Helden hier. Ich mache es schon richtig schlapp. Ich kann mal ein bisschen füttern mit Nahrung. Okay. 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 Was können wir da machen? Wir können da nichts machen. Ich bin überfordert Leute. Ich bin überfordert. Okay. Ich glaube wir sind dumm. Wir sind richtig dumm. Auf sie wird gebrüllt. Wir versuchen jetzt einfach zu run in more mode. Aber. Heilung. Alter. Das Spiel ist echt nicht einfach. Wir können ihn jetzt auch nicht mehr füttern. Doch. Einmal könnte man noch. Oh. Wir haben verloren Leute. Tut mir leid. Alter. Crazy man. Das Spiel ist gar nicht so einfach. Ich dachte ich habe es gecheckt. Aber anscheinend habe ich es doch noch nicht gecheckt. Leicht zu leicht. Oh. Ich habe auch leicht genommen. Ich wollte eigentlich immer zu leicht. Und jetzt bohrt irgendein Nachbar natürlich. Super. Ich hoffe. Ihr hört das nicht. Jetzt hat er aufgehört zu bohren. Ich hoffe da wird jetzt nicht ewig seine Löcher irgendwo in die Wand bohren. Okay. Neues Spiel. Wir werden gleich mal wieder weiter ins Spiel rangehen. Weiter. Okay. Er bohrt natürlich noch weiter. Das ist echt blöd. Ach man Leute. Immer diese Nachbarn. So. Okay. Dann werde ich mal was wählen. Dann nehme ich mal eine Mischung aus dem Held. Der hat mir gefallen. Und dem Held. Wie sieht es denn aus? Und zu leicht. Okay. Dann starten wir mal. Und jetzt bohrt er noch mehr. Ich würde sagen wir machen einen kleinen Cut. Und wenn er aufgehört hat zu bohren. Dann machen wir mal weiter. Also bis gleich. So Leute. Willkommen zurück. Ich hoffe der Nachbar hat jetzt aufgehört zu bohren. Ich habe eben auf Pause gedrückt. Wir gehen mal weiter in den nächsten Raum rein. Und schauen mal. Dass wir diese Runde auf jeden Fall gewinnen werden. Oh. Hey Fim. Okay. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal ins Spiel finden. Aber. Ich glaube so langsam kommen wir rein. So langsam werden wir es verstehen. Ich fahre hier mal ein bisschen Energie rein. Wir können nur drei Räume aktivieren. Das ist echt nicht viel. Help. Mach sie fertig. Okay. Wir bauen hier gleich mal was rein. Es wäre dumm irgendetwas nicht hier rein zu bauen. Irgendetwas nicht hier rein zu bauen. Oh Mann. Was ist das für ein Deutsch. Okay. Wir bauen auf jeden Fall Industriemodule. Dann kriegen wir mehr Industrie. Denn damit können wir neue Sachen bauen. Da leiten wir mal Energie rein. Wir können nur drei Räume mit Energie befüllen. Alter. Alter. Alter Falter. Okay. Dann nehme ich da die Energie wieder raus. Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir richtig unsicher. Bäm. 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 Okay. Wir lassen da erstmal Energie drin. So. Geh in den nächsten Raum rein. Du gehst auch in den nächsten Raum rein. Und weiter geh. Jetzt mal schauen was uns dort erwartet. Okay. Hier ist nichts. Auf jeden Fall hier Energie rein leiten. Ach hier haben wir wieder so einen Raum mit so einer geheimnisvollen Kraft. Wie wir es in der ersten Folge schon hatten. Dann gehen wir mal weiter. Louis auch weiter. So. Da haben wir ein Forschungsmodul. Dann leite ich immer ein bisschen Energie rein. Und klicke dort drauf. Dort können wir etwas entwickeln. Ein Wissenschaftsmodul. Mechanische Kumpel. Oder Pfefferspray. Neues Modul. Tesla Modul. Ja. Dann nehmen wir mal das Tesla Modul. So. Und gehen wir in den nächsten Raum. Wir machen jetzt mal zack 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 zack. Du auch. Oh. Da ist ein riesiger Raum hier. Den möchte ich auf jeden Fall mit Energie bewirtschaften. Okay. 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 Ich glaube wir müssen taktischer vorgehen. Wir müssen echt ein bisschen taktischer vorgehen. So. Ich könnte mal wieder was bauen. Hier noch ein Industriemodul. Und hier auch noch ein Industriemodul. So. Dann gehen wir weiter. Boah. Der ist echt schnell. Der Kumpel. So. Da kriegen wir ein bisschen Produktion oder Industrie. Wie sich das auch immer nennt. Oder schimpft. Du kannst auch mal in den nächsten Raum reingehen. Wir machen den richtigen Rush gerade. Wow. Okay. Sie haben es überlebt. Ja. Das ist echt ein langes. Langes Dungeon hier. Alles klar. So. Konzentration. Konzentration. Soll ich nochmal wieder was bauen? Ob sich das lohnt? Ich würde sagen wir schauen einfach mal in den nächsten Raum rein. Bewaffnet und bereit Leute. Okay. Warum sagt er das? Oh. Oh no. Okay. Da kommen Monster raus. Und oh. Schnell. Wir sollten hier was hinbauen. Ein Angriffsmodul. Ein Tesla Modul. Boah. Das will ich mal ausprobieren. Okay. Es ist gefährlich auf jeden Fall Räume nicht mit Strom zu versorgen. So. Du schaffst es glaube ich mal alleine. Wir probieren es zumindest aus. Okay. Das Tesla Modul hat eben auch ein bisschen Schaden angerichtet. Alles klar. Okay. Ha. Das ist gar nicht so einfach dieses Game. Dann gehen wir mal weitersuchen. Du wirst hier glaube ich mal erstmal den Kristall beschützen. Und der ist auch so ein schneller Typ. Der wird dann glaube ich hoffentlich schneller den Kristall bewegen können. So. Ein bisschen unter der Nase jucken. Okay. Und wir gehen weiter in die nächste Tür rein. So. Das ist eine Sackgasse. Ich hoffe da sind keine Monster drin. Okay. Ist ein Monster drin. Ach. Was sind diese Monster? Ach. Nee. Ey. Der ist ein bisschen langsam. Das gefällt mir gar nicht. Angriff. Tesla Modul hier hin bauen. So. Bitte. So. Noch mehr jucken unter der Nase. Alles klar. Tesla Modul. Machst du fertig. Warum macht jetzt der nichts? Okay. Das war jetzt zerstört. Unser Kumpel kann hier auch nochmal kommen. Und den fertig machen. Zack. Okay. Der ist zerstört schon mal. Vielleicht sollten wir den lieber zum Erkunden auch benutzen. Dann schicken wir den mal hier hin. Und der kann weiter gehen. Das ist auch unser toller Schwertkämpfer. So. Dann gehen wir hier runter. Alles klar. Da ist noch einer drin. Oh. Ein recht starkes Viech glaube ich sogar. Den locken wir mal weg. Komm mal her hier. Komm mal her hier zu unserem Tesla Modul. Bam. Fertig gemacht. So. Sehr gut. Wir haben ja Dust erhalten. Ach. Wir können jetzt mehr Räume mit Strom versorgen. Das werden wir auch gleich mal machen. Haben wir den schon versorgt? Nein. Okay. Doch. Hatten wir. Was mit den Räumen? Den haben wir versorgt. Den haben wir auch versorgt. Okay. Die sind alle versorgt. Ach. Hier oben ist auch noch eine Tür. Dann gehen wir da rein. Bitte. Ist auch ein ganz schön großer Raum hier. Ah. Hier ist der Ausgang. Cool. Versorgen wir das Ding. Alles klar. Jetzt verstehe ich das Spiel. So. Wir können auch noch drei Sachen versorgen. Das werden wir auch machen. Hier. Das versorgen wir alles mal. Und. Dann habe ich noch einen. Den wir versorgen können. Tja. Machen wir einfach mal das hier. So. Alles klar. Jetzt müssen wir geschickt überlegen. Wir müssen einfach mal dahin. Also. Von hier den Kristall dort rüber bringen. So. Wir haben ein bisschen Industrieproduktionskram. Das heißt. Wir können hier so ein paar Räume einfach mal als Verteidigungsbasen ausbauen. Also. Wichtig ist auf jeden Fall dieser Raum. Denn von hier können die natürlich alle kommen. Beziehungsweise diese Räume. Ich werde hier einfach mal was hinbauen. Okay. Tesla Module sind auf jeden Fall ganz nice. Bauen wir noch mal eins hier hin. Und dann vielleicht noch ein paar von diesen Geschütztürmen. Oh. Jetzt bohrt da wieder was. Was ist der Nachbar? Das geht doch nicht hier. Ich muss let's playen Leute. So. Dann bauen wir hier nochmal ein Tesla Modul hin. Die können jetzt eigentlich alles ausgeben glaube ich. Noch ein Geschützturm. Dann da noch ein Tesla Modul hin. Und hier noch ein paar von diesen Geschützmodulen. Ich hoffe ich mache jetzt. Äh. Keinen Blödsinn. Aber die können wir in Notfall auch wieder abreißen. Ich glaube da kriegen wir auch fast alles wieder. Was wir dafür eingesetzt haben. Und dann noch ein paar Tesla Module. Ey. Wir haben echt jetzt Money und Ende. Können wir hier nochmal was hinbauen. Und. Nochmal was hinbauen. So. Dann haben wir diese Räume alle auf jeden Fall schön gesaved. Gesichert. Da können wir eigentlich auch noch was hinbauen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es schlau. Vielleicht auch nicht. So. Dann überlege ich nochmal. Na. Dann sind wir auf dem Weg hier hin. Da könnten wir eigentlich auch noch was reinbauen. Weil es kann sein. Dass aus diesem Raum Monster kommen können. Weil den konnte ich nicht aktivieren. Vielleicht ist es gar nicht dann so verkehrt da was hinzubauen. So. Nochmal was. Und noch ein Geschützturm. So. Jetzt bohrt er da wieder weiter. Alter. Mann. Das geht da nicht. Leute. Jetzt holst du mal was. Aber ich werde einfach mal mit meinem Commentary einfach mal ein bisschen das Gebore überlabern. Dann hoffe ich doch. Okay. Alles klar. Mit Lehrtas können wir auf Pause drücken. Dann können wir schon mal gucken von wo die ganzen Monsterchen alle antanzen werden. Oh. Jetzt bohrt er richtig hier. Jetzt bohrt er. Aber jetzt will er das wissen. Jetzt will er das wissen. Kurz bevor wir vor unserem Erfolg stehen. Will er erst wissen. Räumt mir den Weg frei. Und bereitet euch auf den schweren Teil vor. Okay. Ich muss mich mal ein bisschen aufrechter hier hinsetzen. Ich habe übrigens so einen richtig geilen Stuhl. Vielleicht seht ihr jetzt. DxRacer. Sehr cooler Stuhl. Sehr bequem auch. Er hat eine hohe Lehne. Aber okay. Wir konnten uns lieber aufs Spiel. Ich will ja nicht über meinen Stuhl reden. So. Alles klar. Wir müssen jetzt nach dort. Du. Gehst jetzt mal bitte in diesen Raum rein. Von hier kommen überall Monster an. Die werden jetzt schön von unseren Tesla Modulen zermöbelt. Und von dort kommen auch noch ein paar Viecher. Aber kein Problem für uns. Und unser Bäuer kann mal hier reingehen. Alles klar. Du gehst jetzt schön in dieses Gebäude. Also in diesen Raum rein. Und dann müssten wir eigentlich gewonnen haben. Kannst du dich jetzt mal bitte mal absetzen. Hallo. Bitte absetzen. Oder müsst ihr das zusammen machen. Bitte setzt es ab. Oder müssen wir alle Monster vernichten. Ausgang. Helden bereit. Ja dann raus hier. Raus hier Leute. Alter wir haben es geschafft. Dungeon geschafft. Dungeon oder Dungeon. Ich sage Dungeon. Hey schlechter. Netter Spitzname. Okay Level 2 von 12 machen wir jetzt. Ach es gibt 12 Level. Cool. Ja dann wissen wir ja schon wie weit wir es hier spielen müssen. In Anführungsstrichen müssen. Aber ich denke mal die Level werden von Level zu Level schwerer. Und dann machen wir mal Dialog fortsetzen. Aber ich würde sagen wir machen das einfach mal in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat dann. Oh jetzt habe ich meinen Rechner geschlagen. Wenn es euch gefallen hat dann würde ich mich freuen über ein Däumchen nach oben. Vielleicht abonniert ihr mich wenn ihr noch mehr Folgen von diesem wunderbaren Spiel sehen wollt. Das war Dungeon of the Endless. Ich war es euer Fillyboy. Wir sehen uns morgen. Haut da rein euer Fillyboy. Ciao.